wir sind mitten in der Aufnahme das ist unser Manager das ist euer was? hallo? du bist unser Manager ja das richtig Ken Ali nimmt's sogar mal auf what? ja ich hab nur noch 1 CS Gobi in euch verloren, ey, toll ja, passiert Hallo Leute, wir sind's wieder Game of Thrones und hier ist die nächste Folge von Minecraft Hallo Herr der Ringe ja so, heute bin ich ein bisschen produktiver obwohl ich war eben eigentlich auch produktiv so also, meine Freunde Jonathan und Leon sind auch wieder dabei hallo Leon, du kannst wieder ein bisschen Steinfarben geben Steini, Steini, okay, alles klar für die Mauer oder für was? ja, für die Mauer kennen unsere Zuschauer eigentlich noch Torben? also nicht ja, dann kannst du mir 7 Brote geben der gehört auch noch zum Kanal ja, gleich was mach ich oder warte, ich kann dir gleich sagen wie viel du mir geben musst 7 ne, 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 äh, 4 musst du mir geben boah sehr fabulös wo bist du? Jonas in your sister wie er einfach in meinem Haus wohnt so ein Einziehler mit seiner R-Tüte hallo, so, vier Brote Leon verbringt mehr Zeit in meinem Haus als ich nein nicht schlimm das ess ich gleich genüss du hast hier voll weit weggelaufen hilf mir hilf mir ich bin so böse ich hab ja ohne eben den Kronleuchttel abgeschlagen nicht wundern warum ich manchmal hier mit dem Scrollen nicht zurechtkomme das liegt daran weil irgendwie seit dem Windows seit der Windows Umstellung ist mir das viel zu schnell ich scroll aber auch immer nach so'n Spassi weil bei Windows ist das umgekehrt von Scrollen frag mich nicht warum ich das vorher andersrum hatte hä, nein, 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 das meine ich nicht ich meine, das ist mir zu schnell wenn ich scrolle ich bewege einen halben Millimeter und das geht zum nächsten seitdem bin ich auch eher am Hotkey so wollt ihr Hotkeyer? oh ui, der hat mir 20 Coins gegeben für 19 ne, wie viel Brote wollte der, keine Ahnung Fakt ist die Quest habe ich jetzt gemacht ich bin der Erste hier, der eine Quest richtig gemacht hat tack aber mir kriegt man zu Regen ich hab grad Wasser in der Höhe nein, ich hab einen also wir sind nicht am Cheaten ich hab einfach eine Regen-Phobie Ali kann den Regen einfach nicht haben früher hatte ich immer die Ausrede, dass ich dann FPS-Einstürze habe jetzt sag ich einfach, ich hab FPS-Einstürze oh, ich hab einen Weg gefunden ich lauf hier gerade aber auch viel rum, Alter ja, ist doch gut, kannst ja ein bisschen was erkunden ja, ich mach die spannenden Dinge, die ich nie mache ich war letztes Mal so aufgenommen als war ich in einer dicken Höhle und hab da richtige Ausbeutung ich hab grad eben auch was gelootet hier waren so zwei Türme ich hab mich erst mal mitgehen lassen ich hab mich erst mal mitgehen lassen komm, will noch einer, äh, madiges Brot, kriegt man auch noch Erfolg komm, hier Leon ist das? dann kriegst du ihn weg im Schlitz, madiges Brot ja, das hab ich schon mal gegessen ja, hast du echt krass gegessen ja, ich hab Erfolg bekommen meine Büsche wachsen nicht mehr eine hier warte ja, zieh du auch mal die Mauer rum ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung ei, was war das denn? danke was denn? salpeter? seit wann ist salpeter weiß? hä? war es nicht gelbes Erz? ja, aber hat wer eine Kohle oder so? ich muss mal unten Licht haben geht mir echt zu weit ah, da eine Kohle zwei Kohle boah, ich hab jetzt so viele Hasen geschlachtet nur mal das Fleisch zu Alter wie viel Fleisch hast du? 21 ähm, groß dann nochmal drei gekocht dann ein paar Hühner und so ja ja, das wird sich erst mal wohl erledigt mit dem ersten Problem ich hab die Stelle gefunden wo wir am Anfang uns ne Werkbank aufgestellt haben in der ersten Folge ach so ja wow, Jonathan die könnte ich auch ganz schnell finden das war doch nicht so weit ich bin aber aus der Richtung gekommen ich bin da ein bisschen am laufen oh, krass es war schon sehr weit schon, schon weit hallo boah, du relax, aber boah wie hast du mich grad rübergeboostet das war der Sprung meines Lebens oder bin ich am lecken? ne, ich lege glaub ich, oder? du leckst, alles gut ah, wir können uns da däsche oder hört man mich? oh, gleich kommt locker wieder ne Invasion lege ich zu sehr oder kann man mich verstehen? ich hab seine Quest abgelehnt schade ah, schade ich brucke ich lege extrem und ess nicht da ist alles gut ja, ok, dann ist gut ja, ok, dann ist gut boah, dieses gescrolle ne, ich komm da immer noch nicht drauf klar, dass es so schnell jetzt ist weiß einer, wie man das scrollen, die scrollgeschwindigkeit umstellen kann ich hab, ich hab die schon mal umgestellt die ist jetzt auch, äh, bei, so im Browser und so ist die richtig langsam aber im Spiel nicht ist das hier irgendwo? keine Ahnung, zählt das dazu? ne, keine Ahnung boah, jetzt kann ich ja voll bunnyhoppen mit der Mausgeschwindigkeit was für'n Erd? Kupfer-Erz? bringt Kupfer was? was? Kupfer? nimm alles mit nimm mal mit Leon, ich hab, hau mir jetzt genüsslich dein Brot da wird sich erstmal gegönnt stimmt, ich wollte erst den Turm machen, ne? boah, warte, ich muss grad mal mit der Maus sensibilität umstellen oh, du brauchst definitiv Karotten, alter ah, ich hab wieder nicht auf den Timer geguckt ach, Ali, guck mal doch, ich hab auf den Timer geguckt Ali, guck mal was ich gefunden hab was? wow, ein Dolch guck mal, was ich gefunden hab geh mal weg einen großen Dolch ne hier, guck mal, hab ich selbst gecraftet und, guck mal da rein oh man da sind 22 Coins drin 20 davon hab ich durch ne Quest bekommen und ein Kaninchen ist grad schon in deiner Bude nice hat sich wieder verpisst Ali? ja, bitte ja, ich seh's schon der böse Nachbar ist wieder da der böse Nachbar ist wieder da oh, hallo ei, ei, ei bin jung was machst du denn hier? ich baue ne Haus im Gegensatz zu dir ey, ich bin schon low im Gegensatz zu dir ist mein Haus aber schwer ja, meinst du da war ein bisschen schöner das ist der Unterschied hier, möchtest du deine Sachen neben mir steht ne Burger King Tüte ich würde da jetzt eigentlich gerne mir so nen Burger rausnehmen ja, deine Sachen sind dort Ali ey, ich raste gleich aus hier liegen deine Sachen hm? hier liegen deine Sachen ja, tu in ne Kiste du Bongo äh, du Netterher ja, mein Metall ist voll egal, dann sind's vorne jo, ich nicht jo, nathan abkomm ja, ich kann nichts machen, ich lege auch wie so'n Stück Scheiß ja, ja, jetzt musst du wieder ausreden fertig ich lege wegen dem Mist nein, ich lege wegen meinem Internet ja, ja ich bin level 8, alter oh, da ist ne Immersion wo? naja, da war nur so ein kleiner interner alter Ja, du bist ein Witz, weil ich dachte, da schwebt er so schwer. Wir waren ein paar aufständige Orks. Ich bin eigentlich voll zufrieden mit meinem Haus, Alter. Das sieht scheiße aus. Jonathan, mach mal Leitern. Mach mal Leitern. Leitern da den Turm hoch an dem Stein. Ich muss erst mal Holz finden. Ja, ich hab genug Holz für Leitern. Ey, dieses Essen-Problem, ne? Ich raste aus. Du, da krieg ich... Da krieg ich echt einen Anfall, wenn ich das sehe. Ja, da kam gerade meine Mama rein. Hat sich vom WLAN im Finger gestellt. Deswegen kommen gerade so ein paar Lacks. So, Ali, wo soll die Treppe ran? Hier, an das Stein? Ja. Ja, musst du mich vorlassen. Ja. Muss da weg. Also, Tiefisch. Was? Ich wollt hier drauf. Soll mal leiser, Alter. Au. Geh mal lieber Holz, dann, wenn ich das hier hochzie... Hä? Wenn ich das hier hochzie... Ich geh mal Holzfarm. Ich mach mal was Produktives. Ich hoch auf den Timer. Ich hab mal 5 Minuten. Nein! Oho! Hm, 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 hm. Essen. HP? Essen. Essen, bitte ganz schnell. Geh zu Leon, der ist in meinem Haus. Kannst du das noch in meinen Ofen rauslegen? Ich geb dir auch gerne ein bisschen Zinnerz. Ich such dir grad Holz. Ich hab grad jedem übrigens 23 Silberklumpen und 11 Golden Nuggets gefunden. Das ist ja Silberklumpen. Ja, so heißen die Dinge. Wie wäre ich das? Nein! Nein. Naja, ich hab ein Bett. Im Gegensatz, oh, das ist ja bei dir im Haus. Ähm, ich bin ruhig. Oh, scheiße. Ey, was heißt das? Wann kriegt man ein Pfeilpast noch? Leo, das ist mein Haus. Ja, okay. Der Tod geht in die dümmsten Töde, Töde, Liste ein. Ich mach dir ne Kiste, da tu ich dir ein Holz rein. Mann, geh mal weg hier, du. So, Rest, fahr mich gleich. Also, tut mir leid, Jonathan, da kannst du noch so nubigten Tod gehabt haben. So beschissen, wie ich grad gestorben bin. So was... Loll, ich hatte Blackberries dabei. Ja, dann wäre ich jetzt nicht tot. Wo ist er? Ich hau, Leon. Was machst du hier? Weiß ich nicht. Leon errichtet hier wieder ein Monument der Ewigkeit, Alter. Auf jeden Fall. Nein. Lass die Kacko, da ich bangen. Wahrscheinlich. Das soll doch hier gemütlich sein. Ja, warum mal so n richtig innen Keller, Alter, wo so alles drin ist. Ich geh die Weitere Holz holen, Arne. Ja, dann ist doch auch gut. Kurze Pause. So, da sind wir wieder. Ich werd's eh nicht rausschneiden. Oh, jetzt sagen sie mir wieder alle, ich soll leise sein. Noch mal kurze Pause. Das ist so ne Arbeit, das alles rauszukutten. So, da sind wir wieder. Äh, nee, warte jetzt. So, da sind wir wieder. Nächst mal nimmt Jonathan wieder auf, ich bin Slice. So, ich, so, keine Ahnung, warum? Müssen immer 20.000 Leute reinkommen. Wenn ich aufnehmen, ist es hier nicht schlimm, weil dann kannst du dich ja einfach muten. Ja, das is es. Ich hol mir bald einen Schnellmute für Fraps. Aber so ist das schon? Fraps. Schnellmute für Fraps, Alter. Äh, das ist doch das so. Ich hab auch gar nicht. Hä? Nein. Mach dir ein Hotkey fürs Muten. Ja, hab ich auch. Ja, im TS hab ich ein Hotkey fürs Muten. Aber bei Fraps doch nicht. Äh, bei Outer City oder was auch immer. Egal, dann schneid das einfach raus, das dauert nicht so lange. Das ist so ne Arbeit, das alles rauszukutten. Wobei, doch, aus Outer City rauszuschneiden, das ist schon ne. Also, ich bin das nicht mit Outer City gewohnt. Oh, was ist denn High Day für'n Tag? Ich weiß ja nicht, was das letzte war's. Heute ist High... Ne, Moment. 1402. 1402. Aber wie die Zeit vergeht, oder? Lass mal schaffen, bis ins 1.30.100, das Spiel zu spielen, Alter. Boah, ich weiß noch, als wir damals, um die Folgen aufzunehmen, uns auf ne Alarmparty getroffen haben immer, Alter. Das waren noch Zeiten. Jo, die erste war Torben, Alter. Jo, die war's. Antik. Das war aber, das war aber keine Herr der Ringe. Na und, da war Torben doch dabei, das reicht schon. Aber Torben's Bruder ist einfach reingekommen. Das hat heute wie damals auch niemanden gejuckt. So, auf die Seite noch auch haben, juckt mich da. Da hält sich kein Schmein dran. Das wird jetzt ein schöner Turm. Kennt ihr das? Ihr baut einfach irgendwas. Ihr wisst, ihr habt zu wenig Materialien dafür, aber ihr baut einfach weiter. Ah, ich hab... Generell... Richtig, ich hab übern'n Stackholz, Alter. Ja, aber ich bin hier oben auf dem Turm und ich hab keinen Bock, runterzugehen. Ja, ich bringe dir das Holz vorbei. Ja, ich hab schon, alles gut. Ich wollt grad sagen, wie cool hier diese Bewegung ist. So. Naja, ich hab das auch mal schöner gebaut. Äh, so, so. Das ist auch der Fluch der Aufnehmenden, Alter. Wenn man aufnimmt, hat man so ne Schaffenskrise, Ali. Nö. Das ist einfach so. Doch. Also sagen, was du willst. Ja, ich hab ja keine Axt hier oben dabei. Ich raste aus. Ne, oder? Ich will da nur zu Werk machen. So, ich hab jetzt Holz für dich. Ich pack dir unten mal alles in die Kiste, okay? Dankeschön. So gütig. Gen. So, ja, ist in der Kiste. Mhm, dankeschön. Gerne geschehen. Nee, oder? Jetzt fehlt mir ein Treppchen. Nee, zwei. Jonathan, bring mal zwei Treppen hoch. Komm hier unten in die Kiste. Mach dir sogar noch eine Werkbank daneben. Ich hab hier ne Werkbank. Hier. Eine Treppe ist hier runtergefallen. So, jetzt geh ich noch ein bisschen Holz farmen. So, Ali, hier ist eine Treppe. Ja. Und wo soll die andere hin? Alles gut, alles gut. Die Aussicht ist schon mal gar nicht schlecht. Hey. Ja, schönere Türme gab's eigentlich auch schon mal. Boah, war das halt laut, Alter. Wer war das? Ali, das ist doch schon mal schöner geworden. Ja, hallo, das Zäune... Ja, ich find den gar nicht schlecht. Ja, da oben müssen noch Zäune hin. Ja, okay, der sieht echt scheiße aus. Es tut mir leid. Ja, ich find den gar nicht schlecht. Ja, und ist das... Komm, wie nett... Wie nett ich sogar bin, dass ich den Turm lobe, Alter. Danke. Du flamest mich trotzdem. Faurig. So. Der Kreislauf. Was sagt der Teamer? Von GameCenter, bitte. Der Teamer sagt, dass das am besten Zeit ist für eine Abmoderation jetzt. Nee, warte, erst wird der Turm enden. Das kann auch ein bisschen dauern. Hey, was soll das denn sein? Was läuft dein Pferd hier oben eigentlich rum? Ja, lass es doch, Alter. Soll ich dein Pferd einsperren oder darfst du in Freiheit leben? Darf in Freiheit leben. Boah, ich beseitige da oben mal deinen Rest, Alter. Das ist mir ein Dorn im Auge von meinem Haus aus. Mach mal Zäune, Jonathan. Nein, ich bin hier gerade dabei, deine Kacke wegzubauen. So. Was habt ihr so gemacht, jetzt, die Folge? Boah, sieht der Scheiß. Äh, ich war auf Erkundungstour, ich hab dein Holz geholt. Ich bauch hier gerade deine Überreste ab. Dankeschön. In mir kannst du da eigentlich mal kommen. Gern geschehen. Ach ja, das möcht ich mir noch angucken. Wie gesagt, Ali, kannst du gerne gleich die Folge beenden? Ja, ich beende noch den Turm. Ich bin ja nicht so wie du und will die Leute ganz schnell loswerden. Nein, das auch nicht. Aber ich halte mich an gewisse Richtlinien. Ja, wer sagt denn bei uns die Richtlinien? Jetzt fangen wir nicht an, das kennen uns. Wie gesagt, wir sollen aufhören aufzunehmen. Gleich kommt der Saar, Jungs, aufhören. Ihr müsst wissen, wir haben einen Manager, der uns immer alles managt. Der heißt Ken. Der heißt Ken. Soll ich Ken mal reinholen? Ja, genau, hol ihn mal rein. Ist mir egal, ob er in den Game ist. Er ist wahrscheinlich in den Game. Ja, und egal. Misery loves Company. Ja, mein geiles Test-Sound. Du bist mitten in der Aufnahme. Das ist unser Manager, Ken. Das ist euer, was? Hallo? Du bist unser Manager. Ja, das ist richtig. Ja. Schade ich euch weiterhelfen. Und der sagt uns, dass wir die Aufnahmen immer genau 5 nach 15 Minuten beenden sollen. So sind die Richtlinien. Das sind die Richtlinien. Damit wir nur aufnehmen können. Mehr Geld. Ja, Leute, ich habe euch schon gesagt, wie das läuft mit der Finanzierung. Zeit zahle ich ja noch auf dem YouTube-Kanal drauf. Also sollte ich ja irgendwann rentieren. Wir machen 15 Minuten Folgen, damit ihr mehr produzieren könnt. Weil ihr ja so aktive Produzenten seid, was Videos angeht. Ey, das ist aber eine Lüge. Ken, Ali nimmt sogar mal auf. What? Ja. Ich habe 101 CSGO mit euch verloren. Ey, toll. Ja, passiert. Ciao, tschüss. Lass dich wieder runter-moven. Tschüss. Ja, also da hört ihr jetzt auch mein geiles TS-Soundpack, was ich mir einen Morgen aus Langeweile geholt habe. Das ist von League of Legends. Also, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Lass die Körkel. Stups mich mal an. Stups mich mal an. Komm. Let's go. Ja, geil. Jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt packen wir. WTF? Hallo, oder? Mein TS-Bug, drumherum, weil ich angestupst wurde. Äh, was nehmt ihr eigentlich gerade auf? Ich nehme gerade Herr der Ringe auf. Herr der Ringe? Okay. Ja, gut. Mit diesem Bug beende ich dann die Folge. Spaß. So, tschüss, schönen Abend noch. Äh, YOLO.